Olympia im Selbsttest. Franz Hohlauf, Sportredakteur der kleinen Zeitung Kärnten, wagte sich für eine Trainingsstunde auf das Snowboard. Ja, gewisse Anspannung ist natürlich vorhanden. Ich bin jetzt glaube ich schon ein gefühltes Jahrzehnt nicht mehr auf dem Snowboard standen. Ich bin eigentlich eher wieder beim Skialteam zu Hause. Es wird sicherlich sehr spannend werden. Ich habe einen sehr, sehr guten Trainer mit. Natürlich auch eine Konditionsfrage werden, weil zu der ist es nicht zum Besten bestellt. Aber ich bin schon gespannt, was mich erwarten wird. Wichtig ist, dass sie unfallfrei heimkommen. Aber ich glaube, das wird mein Trainer schon irgendwie so in die richtigen Ballen denken. Und ja, schauen wir, was passiert. Sein Trainer ist niemand Geringeres als Snowboardcrosser Hanno Doschan. Ich würde sagen, wir werden einmal schauen, wie gut du fährst. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen verbessern. Wenn wir uns Richtung geschnittenen Schwung annähern, wenn du so weit bist. Und wenn du es magst, dann können wir auch gerne durchspringen gehen. Nach dem Aufwärmen kann es auch schon losgehen. Und die Bilanz nach einer Stunde Training? Er kommt überall runter, das ist einmal sicher. Aber ein bisschen zum Ausbauen und ein bisschen was üben war auch noch rechts. Einfach üben, üben, üben. Also hin und wieder einmal an jemanden zu Rate ziehen, der da ein bisschen helfen kann. Und ansonsten bewegen und üben. Das hilft nichts. Ein bisschen abgekämpft, ein bisschen müde. Es war sehr anstrengend, aber das habe ich erwartet. Konditionelle Probleme sind am Anfang schon ein bisschen zutage gekommen, aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingebracht. Es war sehr, sehr lustig, sehr lehrreich. Ich hatte einen guten Trainer, der mir gleich von Anfang an gesagt hat, was nicht passt. Darauf habe ich dann aufbauen können. Der Start war ein bisschen holprig. Ich bin sehr, sehr viel im Schnee kommentiert wegen. Aber ich habe gekämpft, habe ein Bases gegeben und ja, es war sehr lehrreich. Die Stunde war wirklich lustig, anspruchsvoll, aber es hat Appetit gemacht für mehr. Also ich werde sicherlich das eine oder andere Mal heuer nach einer Lersaison Snowball fahren.